Wie oft muss man den denn treffen mit der Axt? Ja, ich hab im bestimmten Anfang getroffen. So oft? Ja, das zieht schon ganz schön ab bei dem. Aber mit Waffe brauchst du ja viel mehr. Das ist scheiße. Das ist scheiße, wenn der Tank da ist. Das hat eigentlich überhaupt keine Chance. Über kaum. Die Defekte sind schon wieder erläutert. Ja. Schon wieder vergessen, ne? Ja. Aua! 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 Caacke, ich habe uns angereierlt. período, der Hauh! Scheiße. Der Arschlänger hat es ja. Ah, der Witkars war für 5 Minuten auch noch dazu. Ja, der bringt kurz die Vanessa ins Bett. In die Witkarsine. Ja. Alpine, die Witkarsine. Katzen würden Witkars saufen. Genau, Katzen würden Witkars saufen. Ey, jetzt noch in der Magnum wäre eine wieder. Ja, mit der Magnum habe ich mich schon in Bloody Mors zu bewahren. Aber die Bots haben es wieder verknackt. Ich will nicht sagen, dass ich mich schon bin. Ich will nicht sagen, dass ich mich schon bin. Da ist er. Servus. Ah, der Witkars, hallo. Ah, da kommt er. Wirklich zu spät, wirklich zu spät. Wir sind ja am Anfang, wir können auch noch starten. Achtung, Joker, Jockey, Jockey, Jockey. Joker, 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 Joker. Ja, hab ich, hab ich, hab ich mit Joker. Was ist das denn? Wann, wann die? Wann, wann die? Oder, oder wie ist das? Hammer, okay. Äh, ich hab einen dritten oder zweiten, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir sind noch im Flieger oben. Alter, warte, warte, du hast schon drei Stunden. Ja, zwar. Oder, warte, oder habe ich das verwechselt? Also, eins haben wir auch. Wie ist das ein? Wann, wie war das denn mit dem großen Platz? Nee, nee. Es war... Wir waren gestern in dem Finale von Wien. Aber wir wussten nicht, was wir machen. Es war mit der Mauer, wo wir die Mauer lang laufen müssen. Ja, das haben wir gestern, das haben wir, das haben wir gestern schon gemacht. Und da waren wir im Finale. Und dann haben wir es komplett... Ja, ich hab mir gesagt, Thema verfehlt. Ich hab mir gesagt, Thema verfehlt. Sorry, Männer. Ist das jetzt, wo man diesen komischen Ding schieben muss im Finale? Diese komische, den Anhänger, oder? Nee, 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 nee. Das war, wo wir im zweiten Level da über so eine Mauer lang laufen mussten. Genau, wir sind noch ins Finale gekommen. Die schnäsische Mauer. Das hattest du noch nicht im Finale gesehen, Wittgas. Das hatten wir gestern das erste Mal im Finale. Zusammen sind wir noch nie im Finale gewesen. Ja, nee, aber beim zweiten Level war er doch dabei. Ja, genau, am zweiten mit der Mauer. Ja, eben, das war das mit der Mauer. Genau, und... Da rennen wir eigentlich alle hin die ganze Zeit. Ja, wir müssen diese... Fallschirme finden. Ja, sag mal, ich hab den Fakt nicht gehabt. Ich hab den Fakt nicht gehabt. Aber ich hab den Fakt nicht gebraucht. Und dann habe ich ja... Nee, komm, der Fakt nicht. Ja. Ist der Fakt nicht der Fakt hier? Ja, du Wixer. Ähm, mit dem, mit dem Wing-Bach gesiebt, das war der Bly-Fast. Okay, ne, ist okay, oder? Ich häng hier mit der Frau kommt. Oh, scheiße. Ja, ich häng hier mit der Frau kommt. Äh, ja, weiter vorne. Wartengen, wartengen. Ja, einer fehlt noch, glaube ich. Also, wenn ihr sich gerne mehr einsputtert, dann fehlt noch einer. Also, es fehlt noch ein Parashoot, oder was? Nein, aber noch. Falsche. Ja, ja, ja. Schallfirm. Ja, der kann manchmal auch hinter irgendwelchen Kisten, da. Der, wo Medifakt? Oh Gott, das wirkt jetzt nicht gleich aufeinander. Der Lennox hat noch eins. Ja, ich hab noch eins, ja. Lennox hat mal den Olfres. Der Olfres hat nix mehr. Katzen würden Windkasten kaufen. Ja, heilen muss mich keiner jetzt, aber... Okay. Ja, dann behalte ich's für mich. Ich dachte nur, da liegt vielleicht eins rum. Ja, das ist... Die sind einfach richtig scheiße versteckt. Die Kachdinger. Aber die leuchten dann schon, wenn man draufflotzt. Ja, ja, die leuchten. Auf Realismus weiß ich gar nicht, dass die vielleicht gar nicht leuchten. Oh Gott. Ah, hier ist es, ich hab's. Ja, ja, ja. Das war ja oben, oder? Nee, nee, da kamen die letzten zwei Versuche, kam einer, aber das haben wir nicht geschafft. Ja, das ist unser Dritter von mir. Und dann... So, jetzt müssen wir nur noch hier vor. Und dann... So, so, jetzt... Jetzt sind wir hier. Und jetzt? Mitkas, renn mal schneller. Warum bist du zu langsam? Das tut dazu, als hätte er nur noch elf elf. Elf elf? Elf elf. Ah, ja. Das war ja... Mal ein einfaches erstes Level. Jetzt brauchst du auch keinen Medipack mehr. Ich weiß. Was ist das? I ain't doing too good. So is cold out here. Das hab ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Mir auch. Also, ich hab ja eher so, 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 so was wirklich. Du bist hier vorstehen, mal. Ja. Ah, die stille Pumper. Die stille Scheißpumpern ist besser, als die laute Scheißpumpern. Gibt's eine stille Pumpern? Stille, ja. Du weißt den Motto, oder? Du weißt den Motto. Hinter dir. Ich frage mich immer, ob die schallgedämpfte Uzi besser ist, als die normale. Aber ich weiß nicht. Ich glaub, sie streut weniger. Ja, genau. Ich soll noch mal ein bisschen Gerüchte. Die Dreisiger! Oh, jetzt haben wir's gepackt. Jetzt haben wir's gepackt. Jetzt kann nix mehr passieren. Achso, da gab's nur eine. Dann doch mal. Da gab's leider nur eine. Dann haben wir's nicht gepackt. Ah, da ist wie nur ein Jockey unterwegs. Da gibt's jetzt mal da, oder? Warum kommen die eigentliche alle zu müde, die Penner? Ja, genau. Ich weiß nicht. 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 Oh Mann ey, immer wenn ich Bier in der Hand hab grad Na trinke halt nicht so viel Bier Brauchst ein Röhrchen oder so ein Helm Bierröhrchen Aber nimm eins aus Glas und nimm die Umwelt Röhrchen aus Glas und nimm Oder ein Bock noch aus Wurst Oder du trinkst das Bier einfach mit Tabletten Einfach vorher eine Röder eingeschmissen mit Bier Tabletten und dann hast du das Bier ja auch Und sieben Tabletten sind auch ein Schnitzel Au Ah da war ein Zombie, ach du hinter der ist noch einer Ich bin grad frisch geheilt Hier sind Pillen Äh Quatsch eine Spritze Und eine Rohrbombe Äh die Rohrbombe hat jemand Die sind 30er Oh nein jetzt bin ich auch noch richtig am Arsch Hier sind 30er, eine Rohrbombe und eine Spritze Oh dammit Na gut aber kann ich den Lemmings mal Den Lemmings Ja hier unten Den Lemmings Den Lemmings Ja unten Den Lemmings mal was Also Rohrbombe auf jeden Fall mitnehmen Die könnten doch wichtig sein Ja 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 und äh und Wittgastar Und die 30er Achso und wir sind schon Ah ja ok Dein Regal Äh in the shelf Ne da ist ein Scar Ah in dem anderen Regal Und da kommen sie Und eine 30er Außer der Olpis hat sie Hey man Relay Ja jetzt ist keine mehr da Dann hat sie der Olpis Der ne der schlechte gesaut Der ne ich gar nicht überstehen Aber hinter hier Ja 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 Gut Nee 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 Ich war dem im Rücken ich in den rücken geschossen aber wo sind zwei ich habe da schon die 2 da ist noch ein bisschen ja lang ja über das brett die ist da oben die hock da oben kacke hunter hunter ich habe die stimmt du aus der distanz aber wo wo ich sehe gar nicht was macht man mit der war zu langsam kommen wir da vorbei wir müssen mal karl vorteiligen der folge ja das ist nicht so viel rum weit zum fahrlaufen dreh dich auch um da kommt es nicht ich probiere es als nächstes bei der rich man jetzt kommt tatsächlich jetzt kommen sie auf dem scheiß steg kommt den zombie entgegen ich bin runtergefallen also um Die Einzigen, die das Ding hier verkomplizieren sind, sind diese Scheiß... Ach man, ich hab keine Monika. Ach kacke man. Ah, jetzt, Achtung. Ah Gott sei Dank. Dachte ich jetzt, offen. Geschützt. Hier ist noch ne Rohrwoppe. Gibt's hier was im Keller? Wir müssen später aufheben. Ich hab's ne eine. Ah ne. Ah, Mann. Mann, ich bin doch scheiße. Oh, ich bin noch scheiße. Ja, hier ist noch ne Rohrwoppe weg. Hier oben. Scheiße. Einer noch ne Rohrwoppe nehmen? Ah, der Olpes kann sie nennen. Olpes? Wir haben alle schon. Ja, Achtung, der verreckt dich hier. Ich muss aber zurückkommen, Olpes. Wir können alle keine mehr tragen. Scheiße, unglaubliche Scheiße. Riesematt auch. Eine unglaubliche Scheiße hier. Ey, Mann, ich bin so dumm wie ein Stück Scheiße. Musst du uns doch nicht extra sagen. Kann doch jeder mit ein Schlacht rausnehmen. Ey, was, wo soll ich zurückkommen? Ah, die hast du Pipebomb hier. Ah, yeah. Dann kannst du es trotzdem vergessen. Mit drei, drei Pipebomb, ey. Mann, guck mal meinen Held an. Nein, da ist ein Tank. Wir sind alle gelb und ich bin rot, ey. Zurück, zurück, zurück. Das Tank kommt. Ah, scheiße. Jetzt kommt auch noch ein Tank. Ach, leck. Ich hab keine Waffe, ey. Keine Muni mehr. Leck mich in der Cash, ey. Ey, der brennt, geil. Wieso brennt der? Weil ich ihm die Telepatie angesteckt hab. Weil ich ihm die Telepatie angesteckt hab. Telepatie. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja dann. Telepatie. Er kommt in den Rennen mal, oder was? Ja, ja, ja. Liegt hier noch Munition? Spreng Munition? War doch irgendwas. Nightstick hier. Ähm. Uuhuu. Oh, der geht unten lang. Ne, ist doch nicht fertig. Uuhuu. Oh, der geht unten lang. Uuhuu. Ah, der kommt von unten. Kommt der von unten? Ja, ja, der kommt. Ja, das wäre nicht mal zum Lennox. Dürfen soll mal da und sein. Ja, ich auch. Welche Reichen. Ja, aber das krieg ich ja noch. Wenn jetzt nix unvorhergesehenes passiert. Oh, jetzt bin ich doch verreckt. Der Ort ist halt geklötet. Ja, weil du unten kommst. Du kommst ja eh. Nee, nee. Ja, aber ich glaube auch noch halb. Ja, die können wir dann zweimal heilen. Und gut, einer ist langsam von uns. Das ist halt die Scheiße, ne? Ich bin halt langsam. Aber zwei können sich heilen und dann haben wir noch den Lennox, der einigermaßen fit ist da. Einigermaßen. Jetzt wieder ne AK. Ja, na, na, na. Ja. Oh, ne 30er würdest du wieder liegen. Und der Olpes, weil er die AK genommen hat. Wollte ich gleich Lennox, gleich müssen wir kommen. Ja, ne, der Olpes hat bestimmt, der hat bestimmt den Pumpgun genommen. Sag ich doch. Na? Also da vorne in dem Container waren vorhin zwei Mal Pillen. Ich riskier's mal. Ja, genau. Weil ich bräuchte dann was. Was war da? Da waren vorhin zwei Mal Pillen. Vielleicht krieg ich mal sogar noch was besser. Ja, ich nehm, ich nehm einmal, ich nehm beides. Weil du kannst ja noch heilen, bis es los geht. Wird auch dich heilen können, aber... Ja, aber der Mitgast, der Mitgast, der Lennox war auch ein bisschen angeschlagen da noch. Ist aber noch grün. Ja, aber der beim ersten Schlag ist er langsam. Also, also, also oben war noch ne Pfeil. Ja, aber der beim ersten Schlag ist er langsam. Pfeil, ne, da wo der Lennox gestorben ist. Habt ihr die mitgenommen? Dann sollten wir sie vielleicht noch nehmen. Mit deiner Leiche. Ah, ja, ja. Nehmen die mal, genau. Kann man planen? Ah ja, wir laufen dann gleich wieder. Ja, aber nicht rein, so wie gestern, wo ich dann gleich verbrannt bin. Ja, ja. Ja, wir müssen kurz warten, bis das Feuer aufscht. Wir sollen! Kommt von nicht! Ich werde so, dass ich werde so hast. Äh, nein! Das hat die Boomer-Galle nicht verbrannt. Das ist doch, was sie geworfen. Äh, wir sollen ja nicht entlaufen, oder? Ja, ja, okay. Die hätte ich noch, genau, die hätte ich noch gehalten. Ja, ist egal, wo am Rennen, das passt doch. Sieht doch gut aus, noch. Aber du weißt, die Krasse ist gestern. Ja, wir haben ja noch zwei, ja. Die hätten wir eigentlich verteilt. Oh Gott. Ja. Ich soll halt gegenseitig abschießen. Ja, genau. Ich spiel rechts. Das ist idealerweise nicht voll zum Querlaufen. Ich halte Pulle wieder. Ja, vielleicht kann jemand der Pfeife schärfen. Ja, nach hinten. Nein, nach hinten. Lennigst du mich nach hinten, das wäre nach vorne, oder so. Wer darfst du pfeifen? Ja, ja, war gut. Nein! Boah! Du kannst genau, ich komm mir nicht weg. Fuck, dann schießt. Da komm' aber aber nicht. Oh, mir ist ein Mord, ja. Ich schicke nicht, ich komm mit mir. Geil, okay, oh, fuck. Ich bin schon hart. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich bin schon mal auf dem Dach, ne? Hab dann so einfach. Boah, ne, vorsteuern. Ich schieße jetzt nicht. Ich versuche's abzuhalten. Wir versuche's abzuhalten. Help, help! Danke. der war gut wo ich da runter gehen aber hinten ist noch ein smoker glaube ich da kommt ich denke ich bin drin drin aber es war wirklich gut nachher zum schluss war es richtig da kam es ja die befürchtung war dass er eben von dem scheiß turm noch die die horde noch mal runter kommt so wie gestern gab es doch einmal da kam man da warst du vom 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 safe rum und dann auf einmal kam die scheiß holle da oben runter noch mal ich wollte ich bin da das medipack holen dahinten ich bin da moment man soll mal ich bin noch gar nicht ruhig brauner wir haben ja gesagt jeder zwei vielleicht habe ich ja sogar drei hier oben ich habe alle raus ich finde ich schaffte auch noch ist er schafft auch also die ganzen ok seid ihr bereit ja ja ok dann 123 und das wieder früher gestartet in dem moment wo du drei gesagt das habe ich nein nein ja gut das ist ein jockey lasst euch nicht überraschen vom jockey war zu früh glaube ich habe geschalt wieder auch da ist der jockey fach komm 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 kappen an er hat geklappt hat geklappt hat geklappt habe ich auch schon aber es kommt ich gehe da nicht mehr hin da kommt nämlich bei der smoker wieder ich gehe da nicht mehr hin da kommt auch noch ein charger da kommt auch noch ein charger da ist so blöd ins wasser rein wir haben genug wir haben genug da ist irgendwann ein hunter aber ein hunter auf die hand auf mir ja danke wohl ich möchte den zweiten schlägten zweifel meine deckung ich muss noch haben ja jetzt läuft doch wer macht den dritten der ist noch möglich wäre ich habe den vierten den vierten der buch vorne oder ich habe ich habe oder macht das alte sehr machen ich werde ich werde ich werde gar nicht erst zu danken zu danken die gehen gar nicht hin blöder ich habe ich habe ich habe ich habe noch einen aber ich weiß nicht wo das doch wo der kommt gemacht hat ich mach oder macht du bist du bist näher dran ich habe der nächste ist genau nebendran kann du sollst und schon eine boomer gala werfen oder noch worte alle stecken oder macht gut noch geht es noch kannst du warten ja ja komm 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 ne dann aber noch einer oder einer noch einer noch jetzt ab rein Achso, wir haben eine Bumagalle, ich hab die Bumagalle. Nein, schlug er auch, aber ich hab die Bumagalle geworfen. Geht rein. Geht rein. Bumagalle ist raus. Einer muss rein. Na nix, geh rein, geh rein, geh rein. Wenn du es noch schaffst, heb mich auf, wenn nicht, dann nicht. Ne, renn rein, das machst du. I need some help. Der Kalte ist ja auch noch da. Der ist schon drin. Ah, da haben wir noch gedacht. Jawoll! Ja, da hängt er aber auch hier. Oh, ey, das ging jetzt voll schnell. Die 5 Minuten haben wir gebraucht für das Finale. Ja. Oh Mann, eigentlich, ich hatte noch ein BD-Kit. Eigentlich hätten wir noch mal schnell heilen können, aber... Ja, gut, ne. Egal. Ja, genau, bis wir wieder verreckt werden. Ja, ne, ne, vergesst. Elf nur ich das. Boah. Das war hart. Retrying Connection to Surfer. Los, bei mir geht's. Ja, bei mir geht's. Das ist komisch. Ne, ich bin rausgeflogen. Ah ja, jetzt ist ja egal. Ja. Ah, ne, jetzt krieg ich wieder auf. Äh, ich dachte jetzt noch mal von vorne. Hä, äh, was? Was? Ja. Haben wir das? Richtig gerockt jetzt. Das haben wir endlich mal die scheiß Gampamo. Wobei, die ist eigentlich ganz, ganz, die ist eigentlich ganz cool. Die war eigentlich, also das Finale finde ich eigentlich ganz interessant. Auch wenn es nervig ist. Aber eben finde ich ganz cool. Ja. Ja. So, und was ist schon immer jetzt? Äh, ein Blavi Morse hat der Experte realisten. Der Rauch ist jetzt sehr wichtig. Imaiber. Irume-läuten. Herrg düş compliant. Mit der Christie? Verste. pop fast.